Ja, aber wenigstens sind wir hier gelandet und wir könnten immer noch die Stufe nehmen, ne? Wir könnten die neue Stufe mal nehmen. Äh, Zerstörung, Beschwörung. Achso, wir machen erstmal hier Gesundheit. Vielleicht könnten wir auch mal Alchemie verbessern. Warum nicht? Ich überlege nämlich die ganze Zeit, könnten wir eventuell Flammen mal nehmen. Hallo, warum denn immer die Krüge? Ist hier jetzt keiner mehr? Ist schon einen genommen? Doch, niemand hier. Einen gesehen? Einen gesehen? Oh nein. Im Moment schon. Nicht? Wieso? Was macht der Sally die ganze Zeit? Ich will gar nicht viel haben. Also irgendwie, so wirklich, mit der Flamme, ich bin noch nicht so begeistert. Auch nichts Anständiges dabei. So, aber wir brauchen immer noch den Schlüssel. Stiefel, wir brauchen Stiefel. Nee, Bücher nehmen wir jetzt mal nicht mit. Bisschen Essen wieder. Achso, das ist nur Kleiderschrank. Nein, weg hier. Nehmen wir auf jeden Fall Brot mit. Und den Ziegenkäse. Und natürlich das Geld. Was ist das hier? Labende. Meinetwegen. Okay, im Kleiderschrank ist wirklich Kleidung. Eine Suppe. Suppe ist auch gut. Kapuze. Achso, ich hab... Nee. Ich hab ja keine Dietriche. Ich brauch erst Dietriche. Auch wahrscheinlich dann, um hier reinzukommen, ne? Scheiße. 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 Sag ich nur. Äh. Was mach ich denn hier? Liegen nirgendwo Dietriche rum. Und die Kollegen hatten leider auch keine. Tja, nun. Das ist jetzt blöd, blöd. Was? Was? Lassen wir die Spielchen. Bei dem Wetter. Ihr könnt euch vor mir wieder verstecken. Oh. Bringt das was mit der Flamme? Egal, ein bisschen, ne? Ich kann euch nicht. Besiegen. Das war schon halt. Stopp. Wartet ihr beiden? Ja, möglich. Ach, Ausdauer brauchte ich gar nicht. So, Magikart. Locken. Rot. Käse. Pool. Leichte Rot. Rot. Jetzt ist alles vorbei. Wieso konnte ich jetzt nicht mehr... Ich hatte doch Magikart voll. Ach so, Mist. Was? Was? Schaden, ich dachte, er kommt hier nicht rein. Bin ich das? Guck mal eben, wie lange ich die Frau umgehen zu müssen. So lang. Ist wohl weggelaufen, ja, ich bin weggelaufen. Ne, das mit der Flamme gefällt mir nicht. Dann nehmen wir wieder das andere. Da nehmen wir wieder unser Schild. Besser ist das, da können wir wenigstens hier ein bisschen uns wehren. Lassen wir die Spielchen. Drei. Drei. Ja, ja. Könntet ihr mal einer auf einmal? Was die einen immer so einzwängen müssen. Das ist ja schön. Ich wollte eigentlich rausschleichen. Eigentlich wollte ich rausschleichen. So, die Frage ist, wartet mal kurz. Wo muss ich denn überhaupt hin? In den Keller müsste ich. Ich müsste in den Keller. Hilf doch da drüber, du blöde Sau, du! Mann! Es gibt keinen Kopf. Ja! 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 Verarschen, oder was? Strengt euch verfälligst an! Mach ich doch! Bei den Grätsrand gehört genau... Geht ihr das? Schirm endlich! Ja, das würde ich auch vorschlagen. Ich kann euch nicht besiegen. Genau dafür wurde ich ausgewählt. So, jetzt erwarten wir. Das ist auch gar nicht, wo die herkamen. So, aber ich suche jetzt immer noch den Keller. Da geht's raus, ja? Wir können ja halt auch nichts aufschließen, ne? Oh. Oh. So, suchen wir den Keller. Ein sehr komisches Haus auch, muss ich sagen. Die Frage ist, können wir den Keller überhaupt finden, wenn wir halt keine Dietriche haben. Ich will nicht nach oben. Ist da der Keller? Dann können wir da nicht rein. Ach, Menno. Na, hoffentlich ist Borny nicht wieder neu. Okay, da war die Küche. Wir haben halt keine Dietriche. Ist voll doof. Wie soll man denn hier spielen, wenn man keine Dietriche hat? Kann man sich die eigentlich selber herstellen vielleicht? Ist irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Oder kommt man hier irgendwo? Nee, das sind nur so Lagerdinger, ne? Stehen wir erstmal denen, ihre Eier. Lydia, wo bist du denn? Anders kommen wir hier nicht in den Keller, ha? So, war einmal drum rumgelaufen. Und hier draußen sind keine mehr. Sind die alle reingekommen? Kann ich mir kaum vorstellen. Na, sowas. Immer noch da, ist klar. Du bist gerade erstmal wiedergekommen. Ich hatte halt drin voll Spaß. Den kann ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Okay, schon haben wir zwei Bienenkörbe in Brand gesetzt. Okay, das war gar nicht schlecht. Ach, ein Söldner ist er auch noch. Hast du mich verarscht? Okay, du machst den Söldner, ich mach den Drache, okay? Ich hab den Drache. Hast du den Söldner, Lydia? Ja. Kriegen wir jetzt keinen Schrei davon, irgendwie? Oder so eine Söldner? Sag mal! Glaub's ja wohl nicht. Sie ist doch, dass ich mich eigentlich gerade um den Drachen gekümmert habe. Du warst echt. Lydia! Du hättest den ja mal fertig machen können. Ich hab doch gesagt, ich will Drachen nur den Söldner. Da war der Söldner ja wohl wirklich der Einfachere. Jetzt. So, Drachenseele haben wir auch. Mal so ganz nebenbei. Musik. Du weißt schon, dass wir fertig sind. Hi. Fühlt ihr euch krank? Was? Fühlt ihr euch krank? Hat der sich krank gefühlt jetzt? Lydia, du musst mir mal helfen. Meine... Meine Dings ist fast los. Ja, bitte. Ja, bitte. Halt euch das! Hint! Nicht jetzt, Mann! Lydia, du bist so nicht zu gebrauchen. Du bist echt ein Schwächling. Mann, 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 Mann.